Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf, ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst, sie haben größere Zähne und dickere Haut, manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihrem Maul, aber ich hab jeden Test bis hier geschafft, wegen ein paar Kannivoren mach ich sicher nicht schlafen. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge vom Shady's Q&A. In dem Format könnt ihr mir Fragen stellen, die ich euch beantworten soll, die können um arg gehen. Es geht im Prinzip darum Leute, wenn ihr Fragen habt, die auch falsch auf Videos bezogen sind, auf News bezogen sind, jetzt zum Beispiel auf Jordan oder Lost Island zum Beispiel, schreibt sie immer in dieses Community-Tab, ich zeig euch gleich wo, weil unter Videos, manchmal Kommentare, ich kann manche Fragen nicht in einem Zweizeiler beantworten, wisst ihr was ich meine? Und da muss ich dann nicht unbedingt immer einen riesigen Text schreiben, sondern schreibt mir am besten einfach hier in diesen Community-Tab und da kann ich einfach die Frage ja viel besser beantworten. Der Ablauf ist so, ihr findet immer freitags so, ich sag erstmal, wenn das Video online geht, wahrscheinlich 17, 18 Uhr unter Community auf meinem Kanal einen Post, so der aussieht wie der hier, meistens eher mit diesem Bild hier, wo ihr mir dann Fragen drunter schreiben könnt. Die Fragen sammle ich im Prinzip eine Woche, also im Prinzip der Postgeber kommt freitags online und geht dann bis zum nächsten Freitag, dann schaue ich mir vormittags immer die News an, also die Kommentare, die kamen und werdet ihr dann in dem Video euch beantworten, so wie jetzt. Unter dem zweiten Nachtrag, ich habe die Woche halt zwei Posts gemacht gehabt wegen Nummer 4, kamen glaube ich keine Kommentare, die beantwortet werden müssen. Unter dem anderen, genau hier, das war dann der Post, der davor war, genau knapp vor einer Woche gab es Fragen und die wollen wir jetzt beantworten. So, die erste Frage von MrNipsilon, könnte ich dich über Instagram oder irgendwas anderes, kannst ja selber aussuchen, privat anschreiben, um über meine Kreaturen und so zu reden und die so werten kannst. Also, Discord auf jeden Fall, MrNipsilon, wie schon Shadow geschrieben hat, einfach Discord-Link benutzen, ich glaube hier oben im Banner, in den Videos, auch unten in der Beschreibung, um überall zu einer. Wenn der nicht gehen sollte, schreib mir einfach, dann gibt es einen neuen Link. IC fragt, deine Lieblings-Mod-Map, die du dir wünschen würdest, PvE oder PvP, für Game-Mini oder gegen Game-Mini, wie viele Spielstunden hast du in ARK? Also, im Prinzip bei drei Fragen. Mein Lieblings-Mod-Map, die ich mir wünsche mir, Leute, das ist gar nicht so einfach. Vom Konzept her fand ich Tiamat ganz cool, weil es der Wasserkontent mehr im Fokus steht und ich finde, das ist so ein Bereich, der in ARK ein bisschen untergeht. Glacius, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist so eine Eiskarte, finde ich auch ganz geil, weil ich, glaube ich, noch nie aktiv in so einem Eisbiom gebaut habe. Und wenn die Karte halt generell Eis als Grundvoraussetzung fast setzt, würde ich schon ganz cool finden, wenn man was komplett Neues. Ich denke auch mal, dass da draußen 500 Millionen Mod-Karten gibt, die ich, wenn ich sie kennen würde, sie geil finden würde. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt auch einige Projekte, die noch in der Planung oder in der Early-Access-Phase sind, die auch ganz cool aussehen. Zum Beispiel Titan sieht nach einem sehr geilen Prinzip aus, müsst ihr euch mal angucken. Ich denke mal, so die drei Karten wären so meine aktuellen Favoriten. PvE oder PvP? Ich muss ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, außer auf dem offiziellen Server vor vier Jahren, vielleicht für drei Stunden, noch nie richtig PvP gespielt. Ich bin halt ein reiner PvE-Spieler. Das liegt aber eher daran, da ich ARK eher nutze, um gechillt mal eine Runde zu spielen, wenn ich halt mal, ich sage mal, eher ein ruhiges Spiel brauche, um ein paar Kumpels nebenbei quatschen, so ein bisschen mal eine Base bauen. Und ARK PvP ist ja die ganz andere Richtung. Und so spiele ich ARK halt nicht, deswegen denke ich mal eher PvE. Für Game Mini oder gegen Game Mini? Ja, natürlich für, weil mit der Game Mini kann man halt super viel bearbeiten, besonders gerade auf den Konsolen, wo man, ich sage mal, keine Mods hat. Da muss man schon teilweise viel rumkreativ sein und da ist die Game Mini auf jeden Fall sehr gut. Wie viele Spielstunden hast du? Und ARK, ich kann es euch gar nicht sagen. Also ich weiß, auf der Playstation, also ich habe ja jetzt auf der PS4 gezockt, bin dann kurz auf die Xbox und bin dann auf dem PC. Auf der Playtime müsste ich etwas über 5000 gewesen sein. Weil es gibt ja immer zu Weihnachten immer diese Rückwirkung, wie viele Spielstunden hatte ich. Und ich hatte in den letzten beiden Jahren jeweils ungefähr so zwei, zweieinhalb, ähm, tausend Spielstunden. Und ich habe ja nicht nur die zwei Jahre ARK gezockt, sondern ja auch noch zwei Jahre davor, wo man das noch nicht konnte. Also ich denke mal, ich werde über der 5000 sein. Auf dem PC glaube ich vielleicht, keine Ahnung. Dann mal vielleicht insgesamt vielleicht so 6.000, 7.000 Spielstunden könnte ungefähr hinkommen. Das klingt ja wie suchtigmäßig, fällt mir gerade mal so offen, aber okay. Leute, auf jeden Fall auch, ihr könnt gerne eure Antworten zu diesen Fragen in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wenn es auch mal interessant ist, wie viele Spielstunden habt ihr in ARK oder was eure Lieblings-Mod-Karte, die ihr euch wünschen würdet. Mr. Y. Welche dieser Kreaturen magst du davon am meisten? Was kleine, schnelle, starke Rudeltiere, große, langsame, starke Fleischfresser, nicht unbedingt starke Kreaturen mit coolen neuen Fähigkeiten. Ähm, kleine, schnelle, starke Rudeltiere sind ja wahrscheinlich dann sowas wie Wölfe und sowas in der Richtung. Große, langsame, starke Fleischfresser ist wahrscheinlich eher ein Rex und nicht unbedingt starke Kreaturen mit coolen neuen Fähigkeiten, wäre sowas wie ein Bloodstalker zum Beispiel. Boah, das ist ja schwer. Also ich mag diese klobigen, großen Kreaturen nicht, also zum Beispiel spiele ich lieber gerne einen Spino statt einen Rex, auch wenn er weniger Damage macht. Aber ein Spino kann, wenn er auf die zwei Beine geht, einfach sich im Kreis drehen, was einfach das Wenden im Kampf generell viel, viel an mir macht als zum Beispiel Rex. Rexe ist kann wie LKW fahren, ey, wenn da einmal sich im Kreis drehen will, vielleicht nur noch, dass er anfängt zu piepsen. So, ähm, deswegen würde ich da die zubeil ausschließen. Kleine, stelle, starke Rudeltiere würde ich fast auch ausschließen, weil, ähm, das Problem ist, die Rudeltiere sind geil, Wölfe, Allos und so, obwohl Allos nicht klein sind, aber ihr wisst, was ich meine, Rudeltiere. Dionicoso zum Beispiel, das Problem ist oftmals, oder Hygiene, ähm, du musst dir halt zwei auf Folgen oder halt mehrere auf Folgen pfeifen, dass du den Rudelbuff hast. Und die Argphysik ist, leider Gottes, ganz oft so, läuft an der Klippe entlang und dann fällt einer runter oder er bleibt am Baum hängen, er fällt in eine Schlucht. Die Rudelfysik gefällt mir nicht so ganz, wie die, wie die, wie die, wie die auf Folgen sich verhalten, auch ganz oft fehlt dann einfach mal irgendwann einer. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich eher auf die nicht unbedingt starken Kreaturen mit coolen Fähigkeiten, ähm, schließen. Wie würdest du diese Kreaturen ranken? Ähm, Bloodstalker, Mewwing, Vivern, egal welcher, Rocktrack, Mana, Garm. Ganz oft ein Rocktrack, mag ich nicht. Ähm, ich würde sogar den Vivern dann setzen, nicht weil ich ihn nicht mag, aber ich finde Vivern mittlerweile so ausgelutscht. Wie viel Spiel ich schon auf den Vivern gesessen habe, finde ich, wie langweilig. Dann würde ich den Bloodstalker setzen, Bloodstalker war schon saugeil und ich habe ihn geliebt, wie er rausgekommen ist. Also ich habe auf jeder Karte nur noch mit Bloodstalker mich bewegt, weil ich dieses Fliegen oder dieses, was sie hier haben, super geil finde. Dann würde ich hier Mewwing setzen, weil ich hier Mewwing schon als geile Kreatur sehe. Ich würde mir wünschen, dass er auf einigen Servern eher im Startgebiet spawnen würde, weil ich finde, der Mewwing ist so ein Dino, den man sich als Anfänger holen könnte. Weil mit einem Mewwing kannst du dich fortbewegen, er kann deine Dinos großziehen, er ist im Endeffekt ein relativ gutes, ja, Anfangstier auf jeden Fall. Und ich finde leider auf den meisten Karten, also ich habe auf dem PC jetzt ja auch auf mehreren Karten neu angefangen, habe ich niemals im Startgebiet ein Mewwing irgendwo gefunden. Das finde ich ein bisschen schade, also Mewwings würde ich mir generell für den Start sehr, sehr wünschen. Ja, und dann bleibt der Mandagam, weil der Mandagam eigentlich optisch ein super geiles Tier ist, leider Gottes ein bisschen genervt wurde über die Jahre, aber trotzdem irgendwo ein geiles Tier ist. Was ist dein Lieblingsbiom in Ark? Sprich, welches findest du am hübschsten? Hat die coolsten Dinge, zwei Kreaturen, Naturkatastrophen und so weiter? Oder fordert dich am meisten heraus, bis zu am wenigsten? Da gab es auch schon Antworten, ich glaube hier gab es auch welche, ah ok, da hat er Shadow seine Liste gepostet gehabt und hier hat der Shadow auch geschrieben, sein Lieblingsbiom ist das Biom Luminens IDK. Achso, ok, auf Abi. Also, mein Lieblingsbiom von der Optik. Eigentlich das Eisbiom auf Genesis 1. Ich muss ehrlich sagen, Leute, das ist das einzige, wirklich das einzige geile Eisbiom, was ich je auf einer A-Karte gesehen habe. Ich weiß nicht, warum man das Biom nicht umsetzen kann auf anderen Karten, ich weiß es nicht. Aber allein dieser Schneesturm, dass man da nicht viel sieht in gewissen Gegenden, die Optik, es sieht einfach aus wie ein Wald, der zugeschneit ist. Ich finde, die anderen Schneebiome, die gefallen mir einfach nicht. Ich finde, die Arc Schneebiome sind im Verhältnis zu dem Genesis 1 Schneebiom super hässlich, also super hässlich, weil sie sind nicht so hübsch. Generell sind die Genesis 1 Biome sehr schön oder auch das Lava Biom gibt einem so richtig dieses Feeling so auf einem vulkanischen Bereich. Stellt euch mal vor, Leute, ihr würdet auf das Center, auf die Vulkaninsel gehen und hättet sofort dieses Feeling von Genesis 1 im Lava Biom. Das wäre geil. Also die Biome von Genesis finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Deswegen würde ich fast schon sagen, das Eisbiom und das Lava Biom von Genesis 1 auf jeden Fall. Ich feiere übelst deine Videos, vielen Dank. Und dein Discord-Server ist cool, Dankeschön. Meine Frage ist, wie funktioniert das auf dem Handy? Sowas wie, wo ich gerade schreibe, dass man auch machen kann, denn ich mache selber schon Community-Videos, aber ich möchte auch nicht die ganze Zeit ein Video machen, wo man Fragen reinschreiben kann. Also du meinst sowas wie diesen Community-Post. Ja, du musst einfach bei deinem Kanal oder Community, wie ich am Anfang erklärt habe, einfach einen Post setzen. Ähm, mehr ist es nicht. Mr. Y fragt, also Egon 6 hat die Frage davor gestellt, falschen Namen kann ich vorgelesen haben. Aber Mr. Y fragt jetzt, was würdest du von einer Tiefsee in Ark halten, bei der man bestimmte Ausrüstung braucht, um den Druck zu überleben und starke, große Kreaturen beinhaltet? Leute, ich würde einen Wasserkontent sowas von feiern. Mit U-Booten, mit neuen Wasserkreaturen, mit Wasser-Boss-Fights. Nicht nur dieser Moe, da waren wirklich richtige Wasser-Boss-Fights. Von mir aus könnte eine Karte rauskommen, die zu 80% Wasser hat. Oben eine kleine Insel, wo man vielleicht spawnt, man dann ein paar Sachen bekommen kann, wo man damit dann tauchen kann. Und unten ganz viele so Blasen im Wasser. So, wisst ihr, was ich meine? Oh, das ist ja immer, wie geil das wäre, so Burgen unter Wasser zu bauen. Man, sein eigenes Atlantis. Das wäre geil. Ohne Mist, Leute. Also, wenn eine Modder da draußen ist, will er eine Unterwasserkarte haben. Unbedingt. Unbedingt will ich ja haben. Ähm, und die letzte Frage von Sherdomane. Was magst du ein Fenster? Was magst du mehr ein Fenster oder ein Tisch? Ein Tisch? Ein Fenster macht Licht. Ihr seht, Licht stört bei Videos. Also, Tisch. Ja, Leute, das war es natürlich gewesen von dem Video. Wie gesagt, wenn das hier online ist, werdet ihr unter Community einen neuen Post haben, wo ihr eure Fragen stellen könnt, die ich nächste Woche euch beantworte. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dennne. Ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib beim Start. Zocken wir noch eine Runde Survival-Arg. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem ein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.